Oh, guck mal, guck mal, guck mal. Oh, warte mal, ich mach ein Foto. Oh, 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 oh. Das mag ich gerne. Doch, hier steht noch eine zweite, guck mal. Eine Hexe. Oh, die hat die Schenke. Oh, das wollen wir. Nee, wir müssen die Kohle holen, ja. Wollen wir erst die Kohle holen oder wollen wir erst töten? Nee, wir gehen erst töten. Wir gehen erst töten? Ja, wir töten erst. Die wird ja nicht abhauen, oder? Hallo und willkommen zurück bei Sunkenland. Wir möchten heute mit euch zusammen gleich einen kleinen Ausflug machen. Allerdings bin ich nicht mehr hundertprozentig sicher, wohin. Denn das Problem ist, wir wollten gestern mit euch zusammen da schon hinfahren. Wir sind hingefahren, wurden ein bisschen überrumpelt und überrascht. Bei den ersten zwei Gegnern sind wir auch relativ... Ach, hier, bei dieser Mine. Da waren wir, ja, genau. Da sind wir hingefahren, wollen wir auch nicht verheimlichen. Macht ja nichts, also kennt ihr ja von uns. Wir haben ja da keine Scheu, dass wir mal sterben. Wir sind hingefahren, sind an Land gegangen, sind relativ schnell gestorben und auf dem Weg zurück war das Spiel aus. Und die Aufnahme irgendwie damit hin. Wir hätten das jetzt alles natürlich nochmal zurücksetzen und machen und neu und überspielen können und sagen, ha, da sind wir. Und wir können das und machen das toll mit euch zusammen. Nein, wir sind abgestürzt, wir sind gestorben und jetzt gehen wir eben normal hin und machen das Ganze normal. Aber wir wollen nicht so tun, als ob wir schon mal da gewesen sind, als ob wir noch nicht da gewesen sind und das mit euch neu entdecken. Nein, wir waren schon da und sind auch schon an Land gegangen und waren auch in diesem ersten Bunker vorne an schon. Aber da sind wir direkt abgekratzt. Wir waren auch unvorbereitet, muss ich sagen. Wir hatten kein Antibiotika, also keine Medizin mit und wir hatten kein Essen mit und kein Trinken mit. Das war kurz vor Abend, das wurde dunkel. Also die perfekten Voraussetzungen eigentlich. Ja, aber jetzt gehen wir nochmal zusammen hin. Wir haben Muni bei. Wir sind gestärkt, wir sind repariert. Ja, also ich bin startklar, du. Ich würde mal vielleicht noch so eine Nahkampfknarre bauen hier kurz. Das wäre vielleicht, habe ich auch überlegt, mir doch noch meine Armbrust mitzunehmen. Du hast doch eine Pistole, die ist doch Nahkampf. Ja, Nahkampf, aber ich wollte eine Armbrust mit dem für Fernkampf. Weil das hat mir ja so gefehlt an dem, da oben die auf dem Berg standen, aber naja gut. Du machst fern, ich mach nach. Na, ich habe mir jetzt noch die komische Mauserpistole gebaut. Wie viel Schaden macht die so? 40. Okay, meine macht 50, ist nicht anders. 50, ja. Die habe ich mir gebaut und was braucht die für Muni? Auch Pistolen-Muni. Das ist schlecht. Das wird eng. In der Muni-Kiste liegt schon Kupferbahnen und Pulver. Ich habe das gerade nur reingeschmissen, weil ich nicht mehr sortieren wollte, weil ich schnell los wollte. Ja, wie viel bauen wir denn da? Also, wird ja ein bisschen was drauf gehen, oder? Ich habe 120. Munitions. Vielleicht noch ein paar mehr in der Tasche haben. Das ist ja bloß zur Sicherheit. Was habe ich denn jetzt? 45, das muss reichen. Ich habe nur drei Binden, aber dafür vier Antibiotika-Dinger da. So viel ich gar nicht bei. Es wird ja dunkel. Ich habe noch ein paar Fackeln bei. Naja, wenn du mal kommst, schaffen wir es noch im Hellen. Serious, ja. Wir fahren ja auch noch ein bisschen. Ein Stückchen ist es, ja. Du gehst wo hin? Ne, nach unten irgendwo. Ne, in die falsche Richtung. In die Richtung? Ne, runter. Falsche Richtung? Ne, du fährst gerade nach Norden, wir wollen nach Süden. Du fährst nach Hamburg, wir wollen nach München. Okay, so lang? An der Insel vorbei muss ich jetzt mal. Ne, einfach nur, ne, runter. Du brauchst nicht an der Insel so vorbei. Einfach jetzt genau eben mal... Warte, 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 stopp! Okay. So, jetzt muss ich nur mal gucken, wo die war. Ne, ich sehe die jetzt ja nicht mehr. Oder war die doch oben? Die hieß die Eisenmine, oder? Ja, aber denkst du, ich sehe die auf der Karte gerade? Ich sehe die wirklich nicht. Ich habe die wirklich nicht. Metallmine. Unten rechts auf 10,5. Ach ja. Ja, 10,5. Ja, ja, ja. Aber dann fährst du richtig. Okay. Zwischen Villa und Mutantensiedlung musst du jetzt durch. Hm? Die kamer nicht spannend. Ein paar hatten wir wirklich schon weggemacht. Na, Dreier? Oder was? Ja, locker in der Armee, mehr. Und mehr? Mehr hat der auf dem Tag, die zwei unten drin. Also, ein paar hatten wir schon. Okay. Na, ich bin gespannt. Hier ist eine Spenstrand. Guck mal, wie cool nach dem Update. Halloween! Ich will das auch. Ja. Oh, wollen wir das finden? Gibt es das zu finden? Stimmt. Wenn die das haben, haben wir das auch. Ist das zu kaufen? Kaufe. Das will ich haben. Dafür gebe ich auch irgendwas ab. Oh, noch mehr. Guck mal hier. Das finde ich schön. Oh, 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 oh. Guck mal, guck mal, guck mal. Oh, warte mal, ich mache ein Foto. Oh, 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 oh. Das mag ich gerne. Doch, hier steht noch eine zweite. Guck mal. Eine Hexe. Oh, die hat die Schenke. Oh, das wollen wir. Nee, wir müssen die Kohle holen. Guck rin, wir müssen alles verschieben. Wollen wir erst die Kohle holen oder wollen wir erst töten? Nee, wir gehen erst töten. Nee, wir gehen erst töten. Ja, wir töten erst. Ja, komm, wir gehen erst. Die wird ja nicht abhauen, oder? Okay, jetzt nicht. Ich hoffe nicht. Töten wir erst? Ja, wir töten erst. Nee, komm, wir töten erst. Nee, nee. Und da können wir eine Halloween-Karte machen. Niko, Niko, Niko. Hast du da drin geguckt bei ihr? Ja, natürlich. Aber die wird ja hoffentlich unsere ganze Kohle nehmen, oder? Ich habe mit dem Update halt gar nicht mitgekriegt. So ist es eben. Links ist die Torna, die Insel links. Weil rechts zum großen Gebäude hatten wir und drück nicht. Ja, ja, doch, wir sind angelandet und oben auf dem Werk haben wir aufgehört, ne? Ja, da war hässlich. Ja, wollen wir links jetzt an dem großen Gebäude anhalten? Egal. Und dahin gehen erst mal, ja, wa? Ja, ich bin in Aufschlitz-Stimmung. Oder wir fahren erst mal rum und gucken, ob wir noch innen erwischen. Ja, ich habe ja eben nichts zum Fernen, wirklich. Also, ich treffe mit der Waffe Fern, nicht geil. Ja, ja, ich kann aber kriegen. Vielleicht ist es so, wie der Watt respawnt. Kann auch sein. Nein, wollen wir nicht. Dann müssen wir da eine Fahne rufsetzen, auf der Insel hier zum Eisen fahren. Wenn die viel Eisen hat. Na, müssen wir mal gucken. Hast du schon Eens gesehen gehabt? Nö. Da ist eine Kupfer. Da oben stehen zwei. Sie sehen. Ja, ja, aber die treffe ich doch nie von hier, oder? Ja, nicht von hier. Wir können mal probieren. Ich treffe von hier gar nichts. Na, den Rander. Komm, wir gehen hin. Das bringt nichts. Oder vielleicht ein bisschen dichter halt. Lass ja mal gucken, ob ich das so... Vielleicht, wenn ich es mal anschießen, dann haben wir... Oh, den hat ich getroffen. Den rechten. Ich auch, glaube ich. Der ist umgefallen. Ne, der läuft nur. Der hat es umgefallen. Ja! Der linke? Den sehe ich nicht richtig, wegen dem Baum. Der duckt sich halt. Komm nicht. Kann nicht. Erwischen. Oder das ist nur ein Stein. Aber ich glaube, es sieht aus wie ein... Wie ein NPC, oder? Der sich duckt. Ja, ich glaube auch. Egal. Gehen wir den Weg wieder, oder... Erstmal gehen wir nochmal hier rin. Komm rein. Also hier hatten wir gelootet. Hier hatten wir auch alle getötet. Sieht man. Und dann sind wir hier oben auf diesem Berg. Und da sind wir wieder gestorben. Und waren gerade auf dem Rückweg. Und sind abgekratzt. Okay. Aber wir hatten schon ganz über die Taschen. Ja. Wollen wir versuchen, zu dem großen Haus zu gehen? Weil wenn der da oben war, dann schießt er runter und wir hoch. Das ist ein bisschen doof. Noch ist ja Ruhe Musik. Also wie gesagt, paar Mal schon erwischt. Jetzt macht er bümpelümpelümpelümpelümpel. Ich sehe keinen. Ich geh mal. Da steht er. Hinten steht er. Ich weiß nicht, was könnte sein, dass er hin ist. Ja, schön, schön. Gut. Okay. Oh, es kommt schon Klimpermusik. Aber glaube ich nicht. Jetzt kommt wieder Kling, 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 Kling. Okay. Das war der, der immer von Weitem, ne? Und der andere, den ich gerade abgeschossen habe? Also ist ja noch Mucke. Der von Weitem ist da, wo du jetzt bist. Ja, da hierhin müsste er eigentlich sein. Hier liegt er. Okay. Okay. Aber ist ja noch Mucke an, also ist noch irgendwo irgendein Vieh. Warte mal, bleib mal genauso stehen, bitte. Ich weiß, es ist gerade ungünstig, aber sieht geil aus. Okay, geht weiter. Ist in dem Thürmchen da einer drin? Ach doch, guck mal. Sind einige Erze hier ein bisschen Eisen? Ja, stimmt. Ja, sonst würde es ja auch nicht hier Metallmine heißen. Oh, jetzt wird es aber dunkel. Komm, wir müssen den suchen. Ja, warte mal. Hm. Ich denke mal bald, dass der hier irgendwo noch im Häuschen ist. Oder auf dem Turm oder so. Komm, wir gehen mal in den Häuschen. Der würde doch schießen. Naja, ich weiß ja nicht. Vielleicht hat er da noch eine obere Etage. Hier muss es sein, auf der Seite. Hier fängt die Musik wieder an. Vorne ist die schon wieder aus. Hier ist sie wieder aus. Wir gehen hier mal rein. Okay. Zumindest. Hier ist keine Mucke. Ja. Immer nach oben gucken. Bin ich. Doch hier oben liegt gar nicht. Nee, du. Ich bin da. Ja. Aber der meldet jetzt auch mit. Hier ist Musik aus. Wir looten jetzt hier. Riegel? Oh, ich bin erschrocken. Mann. Fuck it. Da ist der Safe. Ich weiß nicht, ob es so günstig ist, den nachts zu suchen. Also Klamotten lasse ich jetzt liegen mal. Oder wollen wir die für den Händler mitnehmen? Naja, die bringen ja nicht allzu viel. Mach den Safe und den ist gut. Außer es sind geile Klamotten. Kannst ja noch mal reingucken. Warte. Ich habe jetzt nur noch mal diesen kaputten Motorradhelm mitgenommen. Ich weiß nicht warum, aber. So, der Safe hat. Der hat ein Hemd. Der hat ein Telefon. Und der hat Bauplan für den Jet Stream Bow Rider. Also für diesen Jet Ski wahrscheinlich. Oh, okay. Den lade ich mal rein. Zack. So. Ja, dann müssen wir auch mal vorsichtig glotzen, ha? Ist es nur kacke, dass es jetzt dunkel wird. Dunkel ist? Ist. Also hier geht's, ja? Es ist die Frage, ob man sieht, woher kommt, wenn jetzt hier einer schießt. Nee. Wo fängt denn die Mucke an? Hier, hinter, also drüben. Auf der anderen Seite war die. Hier nicht. Hm? Hier ist nix. Ist noch keine Mucke am Gebäude. Hier. Ja, die Frage ist, vielleicht ist der unten in dem Gebäude. In dem linken. Ja, hier oben ist nichts mehr. Nee. Hier ist aus. Rechts. Hier. Hier ist wieder aus. Ist wieder aus. Okay. Da drinnen. Den geht mal. Kann man das ein bisschen sehen? Durchs Fenster oder so? Na, ich geh mal runter. Du kannst dir mal im Auge breiten. Nee, ich will mit. Ich will töten. Ich hab keine Angst. Ich will den Sterbe geben. Geh's aus. Hier geht's dir wieder an. Ja. Okay. Aber wenn der uns hier sehen hätte, wäre er ja schon voll dabei. Ich geh mal hier rin. Ganz mutig. Guck, wie ich gehe. Oh, Licht rinschmeißen oben. Ja, also hier ist hell, aber nicht in alle Richtungen. Aber ist okay erstmal. Geht halt da. Oh. Tod. Aber der hat mich nicht bemerkt beim Looten. Also der fand mich irgendwie nicht störend. Okay. Dann haben wir sie aber jetzt. Wollen wir uns hier ein Fähnchen setzen? Ich glaube, wir haben sie noch nicht. Ich glaube, wir haben sie schon, weil jetzt ist doch wieder diese schöne Musik hier. Jetzt. Oh, hier ist mal. Hier ist doch eine geile Kiste. Wie ist denn das eigentlich? Oh. Ich will um. Kaputter taktischer Helm. Kaputte Schrotfinte. Ja. Hattest du die nicht schon? Nee. Ich glaube, die ist geil. Hatte ich noch nie. Ich nehme die Muni mit und den Schwarzpulver. Also ich konnte die auch looten im Übrigen, ja? Okay. Und ich bin voll. Ich gucke mal, ob wir uns hier ein Fähnchen setzen können. Nee, aber warte mal, Jens, kurz. Also ja, ist geil, wenn das Eisen nachspawn da draußen. Aber wenn die Kisten auch nachspawn würden. Ja, weil immer nur 10 Prozent von allem. Wieso? Da bist du nicht, ich habe einen Kisten nachher im Kühlschrank da mit einem Wurm und einem Erdbeersamen oder so. Ich würde das einfach nur markieren als in einer bestimmten Farbe, keine Ahnung, in Blau oder in Pink oder was auch immer geht. Dass wir hier die Erzinsel haben. Alle anderen würde ich aber nicht markieren. Ist bloß geil, wenn du hier viele Erze hast. Dass du zwischendurch in den Kisten gehst. Die Kisten werden, oh geil. So, hier waren wir schon. Haben wir jetzt... Nee, jetzt gehen wir erstmal auspacken und dann nehmen wir Erzeklopfen oder wie? Ich bin voll. Ich gehe mal ein bisschen weit wegwerfen. Habt du eine Spitzhacke? Ähm, ja. Auch dabei, meine ich jetzt? Okay. Natürlich. Oh. Wo ist das Boot hin? Ach, hier. Ja, bei mir auch. Alter, jetzt habe ich mich aber erschrocken. Schon wieder? Was ist denn das? Ich gehe mal lieber raus. So, immer nur Eder dahin. So, dann lass mich kurz auspacken. Ah ja, mach mir Ruhe. Ist kalt. Mhm, toll. An Feuer bauen wir jetzt nicht, oder? Nee. Bauen wir jetzt ein Feuer? Können wir an Feuer bauen? Können wir. Ja, jetzt dürfen wir, ne? Scheiße, ich packe jetzt das alte aus hier. Die bräuchte ich nicht. Ähm, die sammle ich vielleicht noch. Okay. Sind nur noch Erze, oder haben wir auch noch Gebäude? Oh. Also hier so rundherum könnte bestimmt noch was stehen. Lass mich kurz aufwärmen. Na, nimm doch die scheiß Stämme hier. Stellt sich an. Zickert Mädchen. Lass brennen, Baby. So, dann lad ich mal aus. Und hol die Kutsche mal ein bisschen dichter an. Mann. Das macht mich fröhlich. Das ist auch schön, wenn ein bisschen geile Zeug ist. Ja. Ja. Das ist wieder vom Boot, die feine. Das ist los. Allerdings habe ich doch gelesen, dass man jetzt nicht mehr doppelt looten kann, ne? Oh, wir haben diesen komischen, dicke Ding da. Ich habe auch diesen. Oder hast du ihn nicht eingepackt? Die kaputte Schrotflinte. Siehst du? Hier ist du es da. Ja, aber die ist überall du es da. Aber es wird gleich hell. Ich schmeiß hier einfach mal einer in eine Berge. Ja. Vielleicht bringt das ein bisschen was. Da mehr, mehr, mehr. Meins, meins. Erze, Erze. Also Eisen war alle. Also Eisen, Erze. So roh hatten wir keine mehr. Hab schon. Zuhause. Kupfer auch, Eisen, Kupfer, alle. Nur reingeschmolzen, aber nicht viel zum Einschmelzen. Geh mal anderer Seite lang, wenn du hier hackst. Geh mal auf die andere Seite. Ich hacke. Ihr müsst jetzt leider zugucken, wie wir hacken. Ja. Aber ich hacke auch schön. Ihr könnt auch pfeifen dabei, aber. Ja, hier so ein Zwergenbergbaulied. Sing mal. Hoi ho. Achso, ja, stimmt. Sind vergnügt und froh, oder wie geht das? Ich habe viel mehr Kupfer. Du kannst besser singen. Ja, und jetzt nicht. Ich konzentriere mich gerade darauf, dass ich... Ich habe jetzt... Ach doch, ich habe schon eine ganze Menge. Mann, hacke doch. Singt doch, du musst nur gedrückt halten, ne? Ja, Mike, ja. Okay. Ey, hier ist unter dem Kupfer kommt ein Eisen zum Vorschein. Als ich durchfache. Ein Eisen, Kupfer, Kupfer, Eisen. Schön, schön. Mehr, 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 mehr. Jetzt kommt noch ein Eisen zum Vorschein, oder? Nee. Das Spiel gönnt richtig heute. Ja, ich bin gleich voll von Eisen und Kupfer. Das macht mich fröh. Fröh? Ja. Das macht mich fröh. Ja. Ich habe eben hundertprozentig gehört, dass die Musik wieder angefangen hat. In dem Moment. Ich habe auch ein Kupfereisen. Also ein Eisen, wo links am nächsten Kupfer rausguckt. Guckt hier noch irgendwo was? Nö. Hier nicht. Hier und nicht da drüben. Dann kann ich auch noch ein bisschen was einschmelzen, oder? Zu Hause. Wir können richtig einschmelzen heute. Wir können den ganzen Tag nur schmelzen. Wieder an dem Ofen. Super, das ist richtig. Also es wird so. Ja, dann bauen wir eben noch einen Ofen. Ich sehe dich da hinten. Wir müssen noch... Ey, mach mal. Haben wir jetzt alles? Wir müssen noch hier... Halloween, Halloween. Ja, ja, ja. Warte. 71 haben wir. Ja, ist egal, was wir hier haben. Scheiß Wurst. Nee, nicht. Wir brauchen alles. Alles unsere. Ja, man ist gerade gekommen. Du warst doch eben da drüben. Denkst du, dass ich hier für eine Bergziege bin? Ja, ich sehe sie schon. Ja. Na gut, dann fahren wir jetzt los und fahren wir nochmal hierher alleine. Hier müsste man sich was hochbauen oder so, weil... Das geht doch. Was ist denn das hier? Das sind weiße Dinge. Schaut ab. Geht nicht. Geht nicht. Haut in Luft. Aber es sind noch mehr. Hier sind auch so eine Reisen. Aber die dürfen wir nicht hauen. Ja, kommt bestimmt irgendwann. Na los, dann fahren wir erstmal Halloween. Halloween. Halloween, Halloween. Ja, genau, genau, genau. Du, 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 du. Aber was tauscht... Die müssen wir mal gucken. Ja, wir nehmen alles mit. Alles, was wir haben, nehmen wir mit. Alles, was wir nicht brauchen. Kaufen wir erstmal von jedem einen und von dem Rest kaufen wir dann die anderen. Also... Nein, wir kaufen alles. Alles leer. Hui. So, wo müssen wir Geld, wa? Ja, Hause. Jetzt baut ihr uns hier Püscheln. Gib mal, die will uns nicht mehr bedienen. Doch, wie sie mich bedient jetzt. Guck, wie sie mich bedient. Gib her. Schenk mir all dein Gold. So, also ich nehme jetzt erstmal den Geist einmal. Ich nehme einmal diesen Buh und Kürbis und jetzt gucke ich erstmal, was sie will. Deal. Get lost, sagt sie, die blöde Kuh. Und wenn ich ihr jetzt hier sein Ring... Great stuff. Deal. Kann ich denn... Ich habe eine Kohle und einen Ring, dafür brauche ich nur. Meins! Pass auf, ähm, ich will einen Kürbis. Die Kürbisse haben eine Haltbarkeit. Guck mal, die anderen Sachen nicht. Warte mal, ich will die Spinne. Ich will dit. Ich will Katzenstatue. Ich will einen Sarg. Ich will Happy Halloween. So, zeig her. Ähm, get lost. Handy. Ähm. Uh. Reicht ihr nicht? Nochmal Kohle? Mehr Kohle? Eigentlich alle drin machen. Kann ich... Kann ich nur einzeln, die Kohle, oder kann ich die auch voll drin machen? Ja, ich muss mit rechter Maustaste einzeln klicken. Kann ja nicht schwer sein. Eins reicht irgendwie lang nicht. Dann machen wir bei mir diesmal auch nicht. Ich habe nur die Schöne... Der Ring ist es. Der Ring ist es. Aber ich will nicht, ich gebe mir erstmal noch mehr Kohle. Pass auf, irgendwann muss er ja wollen. 40 Kohle. 42 Kohle. Not enough. Ja, okay, aber... Du redest ja schon. Eben hat sie neu gesagt, ich soll abhauen. Jetzt sagt sie... Dann hat sie gesagt, sie braucht mehr. Jetzt sagt sie, ich brauche ein bisschen mehr. Pass auf, komm her. Ja, ich darf. Okay. Und wenn ich jetzt aber die Uhr wieder rausnehme? Okay, warte mal. Ich mache noch mehr Kohle. Ist die Kohle geiler? Deal. No deal. Hast du das Happy Halloween schon? Ja. Okay, dann brauche ich das nicht. Ich habe alles. Außer das Sensen-Ding, den Geist hier oben, das in der ersten Reihe, das vorletzt zeigt noch nicht. Disconnect. Ach du Scheiße. Ich bin noch da. So, da sind wir wieder. Kurzer Absturz, also nochmal von vorne. Wir bauen Kürbis. Skelettente. Skelettkürbis. Du-ding, 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 du-ding. Ich will die Katze, ich will den Sarg, ich will diesen Gruselienkürbis. Das nehme ich trotzdem nochmal mit. Den Geist hast du, ne? Den weißen Geist, ja. So, jetzt gebe ich erstmal hier wieder tausendfach Kohle. Mehr kriege ich nicht. Das sind alle drin, das drin, das drin. Ich habe nur den Gespenst nicht. Dummer Geist, den habe ich nicht. Dummer Geist? Nehme ich auch nochmal mit. Ja, der ist weiß, die Gespenst. Scheiße. Ich nehme jetzt den Ring schon mal mit drin, den findest du ja ganz geil. Ja, der ist so teuer. Soll ich den Ring lieber erstmal drin lassen und die Kohle nehmen? Nein, ich haue alles raus. Nimm mit, was geht. Scheißegal. Ja, ich wollte das aber ansparen. Aber gut, die Sachen finden wir ja wieder mal. Was ist gut denn? Ich weiß nicht, für geile Sachen. Ja, das sind doch wohl geile Sachen. Ja, aber ist ja nur zur Halloween-Zeit geil. Willst du Weihnachten noch Happy Halloween stehen haben? Naja, Weihnachten bis dahin haben wir schon wieder tausend andere. So, okay. Ich muss jetzt los. Ich muss jetzt aufstellen. Warte, gleich, gleich. Warte. Ich bin gleich so weit. Die ist schon bei Ihnen. I need more than that. Fine, we have a deal. Okay, deal. Altmeins. Schenk mir dein Gold. Okay, ich bin bereit. Hängt so ein Typ einfach mal so ab. Ich find's schön. Ich will alles haben. Warte, hat sie? Oh, der ist ja beleuchtet hier am Wagen. Sind die alle beleuchtet? Die Skelette, nee. Doch, wir gucken uns jetzt alle an, aber wo stehen wir da halt hin? Wo ist der Schiff? Da können wir wieder umstellen. Das Boot. Oh je. Das Boot hat da wohl nicht mit geladen. Ach komm, wir haben die Schnelle entflossen. Wir müssen doch wohl schwimmen. Musst du wohl ein bisschen schneiden gleich. Ja, wir schwimmen ja schnell. Oh, stimmt, ey. Wir sind schneller als mit dem Boot. Ja, guck mal an. Oh, ich bin schon fast zu Hause. Du. Ich auch. Alter Schwede, die Flüssen sind ja geil. Den brauchen wir ja nicht mehr. Ach doch, für Lagerplatz. Geh weg. Geh hoch. Hüpf doch. Aus dem Wasser raus. So, alt meins. Stelldorf. Warum ist das grün? Ich wollte ein weißes Dispenst haben. Warum ist das grün? Ich kann die weiße. Ah, doch, jetzt ist das weiß. Mehr. Mehr? Oh, das macht mir Spaß. Das könnte ich den ganzen Tag machen. Das muss irgendwo drauf sitzen, oder hängt das an der Wand? Guck mal. Aber die hat ein bisschen längere Folge. Das ist ja hässlich. Ja, ist eben so. Oh, der Geist ist nicht beleuchtet. Warte mal, den mach ich außen hin. Den muss ich mal... Ne, außen machen, sonst sind die noch kaputt. Nein. Wie, nein, doch. Umstellen können wir immer noch. Ja, aber erst mal gucken. Der Geist ist geil. Also, der weiße Geist, den mag ich total. Der so ein bisschen wackelt. Ja. Wie hoch ist denn das da? Oh Gott, ich liebe es. Mein, passt bei uns noch nicht. Wir sind ja noch nicht so weit, dass wir... Was wir eigentlich dekorieren sollten. Ne, wir können ja wieder umstehen. Ja. Das ist egal. Oh, ich mag es gerne. Hässlich. Wie schön. So, pass auf, sechs. Der packt dich da nicht richtig hoch. Oh, der guckt ja durch. Ach, du hast außen auch jemanden, ob das so... Kannst du sagen, der guckt ja durch hier, aber der guckt ja nicht durch. Drehen. Okay. Dann muss ich mal mal an der Seite um. Ach, herrlich. Ja. Degu ist ja meins. Einfach erstmal ranklatschen. Das ist mal so ein Buch. Das wird die Base... Die Base vom Senzen an. Das ist schon geil. Das ist schon geil. Sag. Wo ist er? Der Sarg. Da. Warte. Mehr? Okay. Der ist nicht so schön. Der könnte ja auch noch ein bisschen was guselig machen. Die komische... Hier... Boiler ist auch cool. Das Skelett könnte auch nach oben. Beim Sensenmann... Hin. Wo hängen die Ente hier so in der Luft? Ja, die ist doof. Die kannst du gerne umhängen. Die... Ich hab gedacht, das ist was anderes. Nein! Geh weg! Das machen wir auch noch schön. Aber wir wollen es erstmal alle eben mal sehen. Guck mal noch. Katze. Hässlich. Die ist ja eklig. Warte, warte. Ich bin gerade am. Was ist denn das? Essen wir den? Ach, der Kürbiskopf... Guck. Guck. Oh, der Schreck. Guck mich an. Warte. Ach, den setzt man auf? Ja. Ich hab ohne Beile gebraucht. Ja, deshalb. Also der hat Rüstung 2. Guck mal hier, das solltest du dir eigentlich angucken. Wo? Da. Ui. Geil, wa? Die müssen wir oben neben den Sarg heini setzen. Na dann los. Neben den Sensenmann. Ich hab das einfach erstmal nur hingestellt, um zu gucken, wie das aussieht. Das ist mir schön. Das könnt ihr den ganzen Tag machen. Doch, kriegt die Katze. Und den auch nochmal. Den mag ich hier. Hallo. Ja. Oh, mehr Kürbis. Ich will hier um den Sarg und vorn rum auch noch Kürbis haben. Alles meins. Ja, ich muss da oben. Ich muss da oben. Was machst du denn oben? Hier. Iii. Ah. Geil. Ja. Oder? Ja. So, ja, so, so läuft es. Machen wir ein Foto. Warte mal. Ach nee, wir müssten die Augen noch nach vorne drehen. Ja. Ja, doch, wir müssten die Augen nach vorne drehen. Ja. Geh schnell nach oben. Okay, die Augen nach vorne. Das war ein bisschen krumm irgendwie, aber... Schön. Nehmen wir. Gut. Dann machen wir auch Schluss für heute, war lang genug. Wir haben alles mal gesehen. Ja, natürlich. Aber ich könnte schon wieder hinfahren und alles prüfen. Leg mir mal den Kürbiskopf auf die Erde, dass du mal siehst, wie es bei mir aussieht. Ich sehe doch in meinem Inventar, wie ich aussehe, aber ich kann dir den trotzdem schenken. Oh, nee, 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 das wäre so gut. Hier? Nacht ist schön. Aber der hier macht ja auch was. Nee. Zwei Rüstung. Der macht nur Schnee. Aber der ist hübsch. Ich mag den. Abends drehst du dich um, Christian schreckt bei dir. Nein, den kriegen wir nicht. So, gut, schön. Kürbisköpfchen, Kürbisköpfchen. Jetzt machen wir Schluss für heute, danke. Und dann... Die haben wir schon gezeigt. Welche lilan? Na, die hier, guck mal. Oh, nee. Wie ist das? Die zwei Stange? Es ist zwar eine Stange am Weg, aber die können wir noch wegnehmen. Das ist ja schön. Dann achten wir mal ein bisschen was in der Kiste. Ja, wir wollen mehr. Alles unsatt. Gut, dann machen wir Schluss für heute und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin. Haut darin. Ciao. Jetzt kommt zur Händlerin. Komm. Tschüss.